Insgesamt ist es eine doch stetige Entwicklung immer, die wir haben. Was mich traurig stimmt, das sage ich gleich zu Beginn, ist, dass wir mittlerweile 29 Verstorbene zu verzeichnen haben. Und das ist schon bitter, diese Entwicklung, die wir dort in den letzten Wochen genommen haben. Und da gehört auch den Angehörigen natürlich unsere aller Anteilnahme für diesen Verlust in dieser so kurzen Zeit. Das wollte ich einfach mal mit zum Ausdruck bringen. Jetzt würde ich aber Herrn Reismann mal bitten, zum allgemeinen Infektionsgeschehen mal ein paar Aussagen zu treffen. Bitteschön, Herr Reismann. Gerne. Ja, ich gebe mir Mühe in gewohnter Art und Weise, Ihnen die nüchternen Zahlen mit den wesentlichen Aussagen, die dazu zu treffen wären, zur Kenntnis zu bringen. Im Handout ist es Ihnen ja auch aufgetragen. Wir haben also amtlich 426 infizierte, laborbestätigte Fälle. Das ist die fortschreibende Statistik. Sie kennen diese Systematik. Wir haben darunter 586 Personen im Erzgebirgskreis, die sich derzeit noch in Quarantäne befinden. Ich habe das deswegen betont, das ist das, was Landrat Vogel angekündigt hat, dass wir die Statistik an dieser Stelle geändert haben. Und ich will Ihnen das auch gerne erläutern, damit gar nicht erst Mutmaßungen aufkommen, ob wir etwas zu verbergen haben. Wir hatten bisher die Anzahl der Personen, die unter Quarantäne stehen, in einer fortlaufenden Statistik. Und dabei haben wir nicht berücksichtigen können, wie viele Personen davon aktuell noch in Quarantäne sich befinden. Ich hatte es schon erläutern dürfen. Wir haben selbstauflösende P-Scheide. Das heißt, jeder Person, die in Quarantäne sich begeben muss, kriegt einen schriftlichen Bescheid aus dem Landratsamt. Und dort ist der erste Tag vermerkt, wo die Quarantäne beginnt, tatsächlich und auch ordnungsrechtlich. Und es ist ein selbstauflösender Bescheid, weil immer beschieden wird in der Regelbescheidung, dass diese Quarantäne 14 Tage andauert. Derzeit zu verzeichnen leider 29 Verstorbene. Und auch hier eine Erläuterung dazu. Von Anbeginn an wird weltweit bei Covid-19-Erkrankungen auch in der Bundesrepublik und somit auch im Erzgebirgskreis die Statistik nach der RKI-Vorgabe geführt. Dort wird geführt jede Person, die mit Covid verstorben ist, im Melderegister. Diese Aussage ist insofern von Bedeutung, weil die Aussage nicht gleichzusetzen ist, dass diese Personen an Covid-19 verstorben sind. Es erfolgt keine Differenzierung. Und deswegen dieser Hinweis, dass diese Statistik, die nach wie so vorgeführt wird, vorerst weiter nichts aussagt als die Anzahl der Personen, die mit Covid-19-Erkrankungen verstorben sind. In unserem Fall diese 29 Personen, als Erläuterung für Sie, davon sind 14 Heimbewohner in Pflegeheimen gewesen. In etwa die Hälfte, 50 Prozent, waren also davon Pflegeheimbewohner. Wir haben nach wie vor die Situation, dass wir dort bei dieser Personengruppe nicht nur ein höheres Durchschnittsalter haben. Wir liegen also immer noch bei durchschnittlich in etwa 81 Jahren das Durchschnittsalter der Verstorbenen, sondern in der Regel liegen auch dort bei jedem Einzelnen in der Regel schwere Grunderkrankungen vor, die dann auch sich aus der Totenschein-Systematik ergeben, nachvollziehbar. Und die Altersspanne aller Infizierten nicht mehr zwei bis 98 Jahre, sondern aktuell von einem Jahr bis 98 Jahre. Also auch junge Menschen in der absoluten Minderzahl. Wir hatten bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine maximale Auslastung über alle Krankenhäuser bei diesen speziellen Isolierpetten, dass wir bei 17 Prozent Auslastung über die fünf Wochen lagen. Ich glaube, damit wird deutlich, dass die Vorbereitungen, die im Landkreis getroffen wurden, mit den Krankenhäusern insgesamt zusammen, dass sie sehr sachlich und angemessen waren. Wir waren also an keinem Zeitpunkt in einer Situation gewesen, dass die Kapazitäten nicht ausgereicht hätten. Das gilt auch für die Beatmungskapazitäten. Wir haben keine besonderen Auffälligkeiten zu verzeichnen gegenüber dem Trend Freistaat Sachsen oder dem Bund. Wir sprechen von einer nach wie vor sehr dynamischen Entwicklung, auf die wir aber im Rahmen unserer Möglichkeiten gut vorbereitet sind. Insgesamt 14 verstorbene waren Heimbewohner von 29, also knapp die Hälfte. Und zwölf von den 14 sind Verstorbene in der Einrichtung in Bethlehemstift in Zwinitz. Die anderen sind Einzelfälle, nicht in Heimen und verteilen sich auf einzelne Orte. Dort haben wir also keine Konzentration, so ähnlich wie in einer Pflegeeinrichtung oder wie Zwinitz. Wir haben in den letzten Tagen insgesamt aus Spenden, die wir gekriegt haben über den Freistaat, einmal über die Firma Beiersdorf, auf der anderen Seite über die Firma FIT, waren also jeweils Lieferungen, die durch das Staatsministerium für Gesundheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt organisiert wurden, haben wir insgesamt 24.500 Mund-Nase-Bedeckungen oder Schutzmasken, nicht die FFP2-Masken, sage ich ganz deutlich, sondern die einfache Ausfertigung verteilen können. Und insgesamt auch 2.400 Flaschen an Desinfektionsmittel. Das ist schon eine Geschichte, die vorwiegend in Pflegeeinrichtungen auch gegangen ist und in ambulante Pflegedienste, um dort ein Stück weit zu unterstützen. Und wir haben als Landkreis in erheblichem Maße sind wir dabei, selbst zu beschaffen. Die Lieferbedingungen, sage ich mal, muss man dort natürlich beachten. In der ersten Charge haben wir dort auch 7.500 Mund-Nase-Masken erhalten und 1.500 FFP2-Atemschutzmasken und insgesamt 600 Liter Desinfektionsmittel. Diese Mittel werden wir vorrangig den Gemeinden bzw. den freiwilligen Feuerwehren zur Verfügung stellen. Das ist aus einer gemeinsamen Aktion, die wir mit dem Kreisfeuerwehrverband dort gemacht haben, um dort erstmal auch so eine gewisse Grundausstattung zu schaffen. Und wir sind aber dabei, weiter dabei, die Beschaffungen auch in die Zukunft hinein zu tätigen. Weil all das, was wir hier, das sind ja Verbrauchsmittel, so eine Maske, die nehme ich und dann vernichte ich die. Ich muss die ja wieder ersetzen. Also die Fieberambulanz ist von Montag bis Freitag von 8 bis 11.30 Uhr geöffnet. Die Leute, wenn sie anrufen, bekommen dann eine genaue Uhrzeit gesagt, wann sie kommen sollen. Die fahren mit dem Auto an die Pforte. An der Pforte wird ihnen dann der Mundschutz ausgehändigt und dann ist gleich dort in der Nähe ein Parkplatz. Dann bleiben die Leute in ihrem Auto sitzen. Es geht eine Information von der Pforte an die Fieberambulanz, dass jetzt der und der wieder da ist zum Abstrich machen oder zur Untersuchung. Und dann werden die Patienten einzeln in die Fieberambulanz aus ihrem Auto herausgeholt und kommen einzeln in die Fieberambulanz. Also damit haben wir wirklich das Infektionsrisiko weitestgehend gesenkt, dass auch nicht untereinander Ansteckung Gefahr ist. Und die Mitarbeiter, die in der Fieberambulanz arbeiten, die sind in ihrer Schutzkleidung, müssen sich nicht ständig aus- und anziehen, sondern es bezieht sich auf eine bestimmte Zeit, wo eben diese Leistungen erbracht werden. Und wir haben damit jetzt eine recht gute Erfahrung gemacht. Wir hatten jetzt ungefähr 100 Patienten, die als Verdachtsfälle kamen. Und davon waren letztendlich 100 Patienten und davon letztendlich sechs positiv. Und wir haben die Situation recht gut im Griff im Krankenhaus Erlachbrunn. Wir haben auch nicht den Massenanfall, muss man sagen. Ich denke, das ist schon auch die ganzen Regelungen, Maßnahmen, die auch von Seiten der Bundesregierung und vom Freistaat Sachsen ergriffen worden sind, haben schon gut gewirkt. Wie geht es weiter? Der Freistaat hat ja heute schon dazu entsprechende Pressemitteilungen herausgegeben. Das will ich gar nicht so sehr kommentieren. Alle sind sich darüber im Klaren, dass mit diesen Lockerungen, die jetzt eintreten werden, dass damit natürlich auch das Infektionsrisiko wieder steigt. Das muss man einfach so definitiv sagen. Deshalb auch immer wieder der Appell an die Bürgerinnen und Bürger. Corona ist da, auch wenn draußen die Sonne scheint, wenn es schönes Wetter ist, wenn man vielleicht Lust nach etwas anderem hat. Es ist nicht zu sehen, nicht zu riechen, nicht zu schmecken, aber es ist da. Und insofern sollte man in dieser jetzigen Situation, Corona wird uns sicherlich über lange Zeit noch begleiten, sollte man sich einfach an ein paar Grundregeln der Hygiene, des Umgangs auch halten. Und ich denke, wenn wir das auch in die Zukunft hinein beachten, in den nächsten Wochen und Monaten beachten, dann wird es gelingen, dass wir diese ganzen aufenthaltsbeschränkenden Maßnahmen, die erlassen wurden, immer weiter auch lockern können und zu einem normalen Tagesablauf auch kommen können. Wir hoffen beispielsweise, dass wir im Bereich des ÖPNV zu einer verpflichtenden Regelung des Tragens von Nase-Mund-Bedeckungen kommen, weil wir dort im ÖPNV, im ländlichen Raum vielleicht noch eher, aber im städtischen Verdichtungsraum, also in den Straßenbahnen ist es kaum machbar, das Abstandsgebot von 1,5 Meter nicht einhalten können. Also kann es dann am Ende nur über derartige verpflichtendes Tragen eines solchen Schutzes, einer solchen Maske auch gelöst werden, insbesondere auch hinsichtlich dann der Schülerbeförderung. Es ist aber ja auch immer wieder betont worden, dass am Ende jeder Einzelne auch ein Stück selbst dafür Sorge zu tragen hat, in dem er eine solchen Nase-Mund-Bedeckung, das nennt man jetzt nicht Schutz, weil es keine Schutzmaske ist, aber so eine Nase-Mund-Bedeckung auch sich selbst entweder erwirbt oder bastelt oder wie auch immer dort, die er dann am Ende tragen kann. Ich glaube, da ist jeder andere auch gefordert. Hoffen wir mal, dass die Entwicklung in den nächsten Tagen nicht dramatisch zunimmt, sondern dass wir mit der Vernunft der Bürgerinnen und Bürger oder von der Vernunft ausgehend dort eine eher moderate Entwicklung auch in den nächsten Wochen haben. Ich glaube, dann ist das der beste Schritt in Richtung Normalität, auch sukzessive wieder zu kommen. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Restwoche. Vielen Dank dafür.